und damit herzlich willkommen zu diesem neuen video und heute gibt es etwas tolles für euch zu gewinnen und zwar mache ich ein weihnachts gewinnspiel für euch und zu gewinnen gibt es einmal eine 10 euro passive card zweimal eine 5 euro passive card und zweimal ein csgo skin im wert von jeweils 8 bis 10 euro und als kleinen extra wunsch sag ich mal ist jetzt vielleicht als zuschauer interessanter könnt ihr euch ein wunsch matchmaking in csgo wünschen wo ihr eine map auswählen könnte ich dann spielen soll mit vorgeschrieben von euch natürlich eine granate eine bestimmte granate ein bestimmtes sturmgewehr eine bestimmte mp und eine bestimmte pistole und ich darf in diesem match nur zum beispiel der pistolrunde nur zum beispiel die desert eagle spielen und im kompletten match wenn ich eine pistole spielen möchte auch nur die desert eagle ich denke mal das wird ganz witzig laufen und ja insgesamt haben wir dann also sechs gewinner bedeutet sechs gewinner unter euch wie ihr mitmachen könnt und zwar ihr müsst einmal diesen channel abonnieren liken kommentieren nicht vergessen und um eure chance natürlich zu erhöhen könnt ihr das ein gewinnspiel ist von youtube und twitch also ich mache es auf beiden plattformen könnt ihr als youtube zuschauer auch noch mein twitch channel folgen und um noch mal bonus punkte zu kriegen könnt ihr im chat den command ausrufezeichen gönn doch reinschreiben dann werden auf jeden fall eure chancen erhöht bei dem gewinnspiel die höheren preise oder im lostopf am ende zu landen das gewinnspiel läuft übrigens vom 6 12 bis ende dezember also bis zum 31 dezember und damit ihr wisst wie das lange das geht die auflösung vom gewinnspiel findet dann wahrscheinlich im januar statt dort gibt es ein stream einmal wo ich die gewinner vorlese und ein youtube video wo auch noch mal die gewinner vorkommen und somit sollte alles klar sein bei fragen schreibt es einfach in die kommentare und ansonsten bis dahin haut da rein euer wegas ciao